Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute mit wunderschönen Bildern und einem ganz besonderen Thema für mich. Und zwar, also erstmal, ich nenne es durch das Chaos auf die nächste Stufe. Alles, was gerade passiert, hat einen Sinn. Es wird gehen um den Bereich der Kymatik und um die Sichtbarmachung von Schallwellen und Frequenzen. Aber was das bedeutet, möchte ich dir in einem übergeordneten Kontext mal zeigen. Weil es läuft darauf hinaus, dass letztendlich alle Frequenzen die Materie formen und dass wann immer eine Frequenz sich erhöht, ein kurzer Übergang ist, wo ja letztendlich Chaos ist und danach ein noch schöneres Muster entsteht. Und du merkst schon, hey, das ist gar nicht so weit hergeholt. Und vor allem jetzt auch die Themen der zum Beispiel Sahara, das Tatarische Weltreich und deren Architektur, also alles, was zusammenhängt mit der alten Welt, hat, also wirklich, es haben mir so viele Menschen eine total positive Resonanz gegeben, dass ja ich auch da nochmal reingehen möchte, weil um das zu verstehen, wie sie gebaut haben, also diese Fensterrosen und eigentlich alle Architektur, alle Gebäude sind ja ein Ausdruck dieses Wissens, um die Frequenzen und gleichzeitig Gebäude, um diese Frequenzen nutzbar zu machen. Und deswegen, ja, sollte man sich mit diesem Thema auseinandersetzen, aber halt eben auf, ja, also keine Angst, es wird auf jeden Fall YouTube-tauglich bleiben, also auf eine tolle Art und Weise. Ja, und wir gehen da direkt mal rein. Um mal warm zu werden, ein Artikel von der Seite Time21, es gibt viele literarische Hinweise, zum Beispiel Musik und Spiritualität, wo beschrieben ist, dass in früheren Zeiten mit normalen Musikinstrumenten Klänge erzeugt wurden, die schwere Steine bewegen konnten. Ein Forscher glaubt, bewiesen zu haben oder beweisen zu können, dass auch die Cheops-Pyramiden in Ägypten mit Hilfe von Musikklängen erbaut worden seien. Ebenso liest man in der griechischen Sage, dass Amphion die Mauern von Theben mit Musik seiner Leier errichtet hat, die Posaunen von Joshua dagegen rissen die uneinnehmbaren Stadtmauern von Jericho ein. Also du merkst schon, okay, da gibt es interessante Wege und wenn man sich mal anschaut, den Untergang des tartarischen Großreiches, da ging es wahrscheinlich um Elektromagnetismus, aber wenn man mal schaut, ja was sind denn Wellen, was sind denn Klänge, dann merkt man, es sind letztendlich immer wieder Frequenzen, die natürlich, wenn man sie beschleunigt, zum Beispiel, also erst sind es Töne, dann ist es Licht, dann ist es auch irgendwann nicht mehr wahrnehmbar für uns, aber am Ende des Tages ist es immer wie eine Tonleiter, also es gibt ja auch diese Planetenklänge zum Beispiel, Planeten haben eine Eigenschwingung, die sehr langsam ist, aber erhöht man diese Schwingung, dann kann man sie halt in diesen hörbaren Bereich bringen und dann merkt man, es gibt ja eine sogenannte Harmonie der Sphären, eine Planetenharmonie und da, also gibt es ja verschiedene Anwendungsbereiche der Frequenzen, unter anderem auch dann wieder, um in den Bereich Selbstheilung zu gehen und da sind wir auch schon mittendrin und zwar, ja letztendlich, Kymatik ist die Studie des sichtbaren Klangs. Wir fangen aber mal noch einen Schritt vorher an und zwar mit Ernst Kladni, der war einer der ersten westlichen Wissenschaftler, der das Klangphänomen studiert hat und er hat mit Metallplatten sozusagen begonnen und hatte Sand oder Salz auf einer Metallplatte und hat die mit einem Geigenbogen zum Schwingen gebracht und er hat halt eben festgestellt, dass der Sand daraufhin reproduzierbar immer wieder Muster entwickelt, je nach Ton und Frequenz, ja und dass diese Muster halt eben mit der Höhe der Frequenz immer komplexer werden und diese Figuren hatte dann halt eben klattnische Klangfiguren genannt. Ich zeige dir mal zwei Bilder aus einem extrem sehenswerten Video, habe ich auf meinem Telegram-Kanal gepostet und ich verlinke es dir auch unten in der Videobeschreibung und zwar ist das von Nigel Stanford, Science vs. Music, wo er ja letztendlich die ganzen verschiedenen kymatischen Möglichkeiten nutzt, um halt eben den Klang, also die Musik, die er gleichzeitig mit seiner Band erzeugt, sichtbar zu machen und hier auf dem linken Bild siehst du so eine, ja, Klatni-Platte, so eine Metallplatte, auf der halt Sand drauf ist und rechts nur nochmal aus diesem Video, weil ich das so grandios finde, das ist Wasser, was so gerade durch den Schlauch durchläuft und wenn man so diese Kickdrum hört, diesen Bass, dann macht das halt immer so eine Spirale. Also ein wunderschönes Video unten in der Videobeschreibung verlinkt, guck dir das auf jeden Fall an. Und dann hatte Hans Jenny diese Arbeit weitergeführt und das dann aber mit Flüssigkeiten, also schon mit Wasser, aber auch mit Maisstärke und hat das praktisch in einen dreidimensionalen Raum gebracht und hat damit dann den Begriff Kymatics oder halt eben Kymatik geprägt und auch hier wieder gezeigt, je höher die Schwingung, desto komplexer das Muster und im Grunde wurde damit halt gezeigt, wie Vibration die Materie in komplexe Formen aus einfach wiederholten Formen anordnet, aber halt eben, also die Grundmuster sind einfach, aber was daraus entsteht, ist absolut genial. Ich zeige dir hier mal ein paar Bilder, das ist aus der auch extrem sehenswerten Dokumentation Innere Welten, äußere Welten, werde ich dir unten auch verlinken und da sieht man zum Beispiel, dass jetzt hier auf der linken Seite eine Frequenz, die dann halt ja sehr ähnlich dem Schildkrötenpanzer ist oder halt eine Frequenz, die ja einer Sonnenblume ähnelt. Die Sonnenblume, die besteht ja im Grunde aus zwei gegensätzlichen Spiralen, eine die nach links und eine die nach rechts geht und man merkt halt schon, wow, das sind einfachste Grundformen, die aber also wunderschöne und auch sehr komplexe Muster ausbilden, die man dann auch überall in der Natur finden kann. Also man kann schon sagen, dass die Natur letztendlich oder dass diese Schwingungen sich in der Natur, in der Materie ausdrücken sozusagen und dass ja letztendlich überall damit gearbeitet wird. Wir gehen da gleich noch drauf hin, was das für uns auch bedeutet. Vielleicht noch zwei Bilder hier vom Romanesco, fand ich auch sehr schön, da gehen wir in den Bereich der Fraktale, also der immer wiederkehrenden Selbstähnlichkeit und die werden ja nicht ohne Grund als der Daumenabdruck Gottes bezeichnet, weil man halt eben merkt, auch hier sind wieder einfachste mathematische Formeln, die aber ja schönste geometrische Figuren erzeugen beziehungsweise halt einfach die Materie auf so eine ganz wundervolle Art und Weise formen. Ja, also Musik oder halt eben diese Frequenzen können in Materie Ordnung generieren und ich habe ein schönes Zitat, was Johann Wolfgang von Goethe zugeordnet wird, die Welle ist das ursprüngliche Phänomen, aus dem die Welt entstanden ist. Das bedeutet, wenn man halt eben das versteht, Wellen, Frequenzen, was ja auch Nikola Tesla schon gesagt hat und viele andere, dann kommt man an die tiefsten Geheimnisse dieser Welt und ja, kann dann damit halt eben für sich selbst in seinem ganz normalen Leben auch arbeiten. Wenn es, ich sage jetzt mal, um das Thema Gesundheit geht oder halt eben eine Dysbalance, man ist nicht mehr gesund, dann merkt man, hey, ja, also was ist da passiert und welche Art von Welle erzeuge ich vielleicht auch durch meinen täglichen Bewusstseinszustand oder halt durch die Art, wie ich lebe und so weiter und es ist also einfach super, super, super interessant. Und jetzt noch ein weiterer Artikel von der Webseite Ask Audio. Sie schreiben, Klang leitet uns und formt uns, ist aber eine nicht greifbare Kraft. Die Kymatik bestätigt die Tatsache, dass alles, was wir als ja sogenannte harte Objekte wahrnehmen, einschließlich unserer Körper in Wirklichkeit kontinuierlich in ihrer eigenen Geschwindigkeit schwingt. Und dann haben Sie hier ein Bild von Simerscope, also das ist ein Gerät, was letztendlich genau diese Figuren erzeugt und es zeigt die geometrischen Muster der Noten eines Klaviers und einfach jeder Ton, jede Note bildet eine einzigartige geometrische und auch wunderschöne Form und es ist auch wichtig zu verstehen, dass halt eben diese, also nur harmonischen Klangfolgen gemeinsam halt eben diese Symmetrie erzeugen, diese Schönheit erzeugen. Also wenn Töne nicht zueinander passen, dann entstehen diese Muster halt eben einfach nicht. So und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Wasser. Das ist ja also das Grandioseste sozusagen, eine geheimnisvolle Substanz und wir erinnern uns an Masaru Emotos Experimente mit Wasser, also wenn das Wasser zum Beispiel auf eine bestimmte Art und Weise besprochen wird, mit einer Intention, also letztendlich, wir haben wieder eine Schwingung ausgesandt, eine sehr starke Schwingung, also das ist ja auch was Bruce Lipton, Joe Dispenza, Greg Braden, alle möglichen Gurus da draußen nicht nur behaupten, sondern damit arbeiten sie auch, dass die Art von Schwingung, die du erzeugst, nicht nur auf dich und deine Zellen wirkt, Bruce Lipton Epigenetik, sondern eben auch nach außen ja letztendlich Effekte erzeugt, Spiegeleffekte, die dann in dein Leben treten. Und ja, Masaru Emoto hat gezeigt, dass diese Art von Emotion eben auch ja Wasser oder von Wasser aufgenommen und gespeichert wird und er hat dann halt eben Wassertropfen eingefroren und dann unter einem Mikroskop sichtbar gemacht und man hat halt gesehen bei Ich liebe dich zum Beispiel, ist eine wunderschöne Struktur und bei anderen Dingen, ja, kommt halt eben keine geordnete Struktur heraus und ja, Dankeschön und sowas ist dann halt auch wieder schön. Also super interessant, zeigt halt eben auch, hey, unsere Verantwortung in unserem Leben, dass wir halt eben schon uns dessen bewusst sein sollen, dass wir halt auf eine gewisse Art und Weise Selbstschöpferwesen sind und andersrum halt auch, wenn wir merken, dass Spiegeleffekte uns was sagen wollen, vielleicht wird unser Körper uns was sagen oder es passieren immer wieder die gleichen Dinge, dann sollten wir mal anschauen, ja, welche Frequenz erzeugen wir eigentlich in unserem Alltagsleben durch unser Bewusstsein. So, wo wir gerade beim Bewusstsein sind, ich hoffe, es ist den meisten jetzt noch nicht zu abgedreht, dann will ich nochmal zu Knopfloch kommen, dessen Arbeit ich einfach sehr, sehr schätze und auch er hat in seinem Video Zurück in die Zukunft, also Episode 4, von seiner Reihe sich dieses Phänomens angenommen und er sagt halt, naja, also das, was dieses Muster erzeugt, ist sozusagen der Äther bei der Arbeit und ich will ihn zitieren, weil das halt einfach wirklich perfekt ist, wer das da auf den Punkt bringt und er sagt, Äther ist das Gewebe oder Element, das den Elektromagnetismus trägt. Wichtig zu verstehen, wenn man die alte Welt, also Groß-Tatarien, die Architektur und halt eben auch ja die Funktionen ihrer Architektur besser verstehen möchte. Es verbindet alles in unserem Erdenreich. Äther ist das geheimnisvolle fünfte Element. Es verbindet alles elektromagnetisch durch Schwingungsenergie. Es ist der Klebstoff, das Netz, die treibende Kraft hinter absolut allem. Die vier anderen Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde existieren nur wegen des Äthers. Sie sind Ausdrücke der Schwingungen des Äthers. Die Kymatik ist ein gutes Beispiel für seine Präsenz. Die Frequenzen, die durch die Kladni-Platte geleitet werden, lassen den Sand oder das Salz präzise und komplexe geometrische Formen bilden. Je höher die Frequenz, desto komplexer werden die geometrischen Muster. Aber was ist die Verbindung, die die Frequenzen und Schwingungen aufnehmen und dem Sand erlaubt, solche Formen anzunehmen? Das ist der Äther bei der Arbeit. Und der zeigt auch hier nochmal Früchte zum Beispiel, die halt eben diese, ja letztendlichen, oder diese Formen halt wieder repräsentieren. Und letztendlich kann man halt alles auf diese Schwingungen, die sich in der Materie dann halt eben ausdrückt, zurückführen. Super interessant. So, ja, und er sagt halt eben auch, alle Materie ist ätherisch und die Form und Gestalt dieser Materie sind verschiedene Ausdrücke des Äthers durch Frequenz und Schwingung bestimmt. Äther ist die Brücke zwischen elektromagnetischer Frequenz und Schwingungsenergie und der Form der Materie selbst. So, und jetzt wird es nochmal super spannend, weil natürlich, was passiert, wenn man von einer Frequenz auf die nächste Frequenz geht? Dann entstehen letztendlich keine Muster, dann entsteht für einen kurzen Übergangsaugenblick Chaos. Und Jeff Folk hat sich damit auseinandergesetzt. Also er hat die Arbeiten von Dr. Hans Jenny, der ja die Kymatik sozusagen geprägt hat, weitergeführt. Und ja, hat dann herausgefunden, okay, erst kommt ein Chaos, also und danach wieder eine geordnete Form. Er hat gesagt, wenn man einmal objektiv beobachtet hat, wie sich eine stabile Struktur in Chaos auflöst, sich dann aber in Sekundenschnelle wieder zu einer komplexeren und fein geordneten Form zusammensetzt, kann man beginnen, seine eigenen turbulenten Umstände etwas objektiver als einen zielgerichteten Entwicklungsprozess zu betrachten, der zu mehr persönlicher Gelassenheit und Kohärenz führt. Ja, und was haben wir nicht gerade, wenn Chaos, und es ist ja überall, all was man hört, ja, das, also die zwei Zeitlinien, der große Reset, der ja geplant ist, das eine Planspiel, versus, was aber ganz natürlich passiert, das Erwachen der Menschen sozusagen. Und ja, es ist für mich ganz, ganz klar, dass wir hier von einer Frequenz auf die nächste Frequenz wechseln und gerade in der Übergangsphase sind und deswegen, ja, kann man halt einfach auch mit einem positiven Blick sozusagen da reingehen und halt eben selbst auf diesen Ablauf, auf eine positive, geordnete Art und Weise einwirken, indem man halt zum Beispiel meditiert oder was auch immer, aber halt einfach bei sich bleibt, also sich nicht in dieses destruktive, niederfrequente Schwingungsmuster von Angst, Wut und so weiter ziehen lässt, was ja letztendlich der dunklen Seite hilft und was ja auch ihr Plan ist, sondern dass man halt eben in sich eine hohe Frequenz auch etabliert, also dass man mitarbeitet, dass diese hohe Frequenz auch in der Außenwelt sichtbar werden kann. Ja, und damit verabschiede ich mich einfach mal aus diesem Video. Ich glaube, dass alles gesagt ist und ich habe ja auch schon ganz oft dazu Videos gemacht. Ich finde es einfach super schön, dass, ja, dass durch diese Frequenzen auch nochmal sichtbar gemacht wird und dass da halt einfach auch klar ist, hey, jede Art von Leben hat eine gewisse Eigenfrequenz und Schwingung, auch unser Bewusstsein und wenn unser Bewusstsein auf eine nächsthöhere kollektive Stufe geht, dann ist klar, wir hatten eine alte Ordnung, dann gibt es ein Übergangsfeld, was eben chaotisch ist und dann gibt es eine neue Ordnung und das wird dann, also als klimatisches Klangbild sehr viel schöner aussehen, aber, ja, da wird halt richtig viel eben halt wieder Ordnung passieren und es wird sehr, sehr positiv sein. Deswegen an dieser Stelle, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ich dir zeigen konnte, dass, ja, letztendlich alles irgendwie eine tiefere Struktur hat und wir da selber eben darauf einwirken können. Vielen Dank für alle Kommentare, die sind immer großartig und ich lese sie auch alle, weil ich sie freigeben muss und, ja, danke auch an alle, die mich unterstützen. Wir sehen uns in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.